Hallo und herzlich willkommen, wir sind beim ersten großen Endgegner, dem Kobalt-Schloss. 5 Wellen werden uns erwarten, ich bin gespannt, was Chuck und Red werden uns eigentlich erleben werden. Okay, unser erster Gegner soll ja eigentlich kein großes Problem haben, wir machen der Dekken eigentlich. Zack, nein. Okay, ich halte den Boden an. Haben wir seit 10 Schaben eigentlich. So, jetzt bin ich schon oben. Ah, hier ist meine Gruppe, er hat mich schön, glaube ich, ganz schön. Ich weiß, dass wir schlippen und packen die Bestürungen ein bisschen. Wollen wir uns nicht, dass viele natürlich den Boden angehen. Ja, wir haben ein bisschen viel Geld. Aber wir gehen auch hin. Wollen wir uns noch ein bisschen Schaden. So. Wir haben den Schutz nicht. Wir können hier auch hin. Okay. Und hier sind wir. Okay, nächste Schöne. Wir haben eine Anna mit den Nановosen. Und... Schauen wir mal was auch hier machen kann. Ah, 34. Und RK das war's für 15 Jahre, die wir sind toll. Das heißt, wir halten uns noch eine Lunde, wir müssen uns erst mal ein bisschen. das Ich werde es noch etwas ansehen. Ich werde es noch nicht mehr aufgeben. Okay, das ist noch gut. Also, ich werde es noch nicht mehr aufgeben. Ich werde es noch nicht mehr aufgeben. So, einmal in und dann noch ein paar Mal. Oh, ich bin jetzt schon mal der Entfernung. Oh, ich bin jetzt schon mal der Entfernung. Oh, ich bin jetzt schon mal der Entfernung. Und dann, wir probieren auch mal das Schöne. Und dann machen wir die Entfernung. Und dann noch mal gucken, dann kommt es zum Schreiben und erst noch die Mörder zwangt. Und dann ist die Mörder zwangt. Und dann ist die Mörder zwangt. Okay, jetzt scheint etwas Großes zu kommen. Ah, da haben wir chillt. So, dann kommen wir. Aber ich glaube jetzt kommt... Ja! Die große Entwicklung kommt. Okay, was schlägt hier uns umgegen? Was hat sich gefällt worden? Äh, jetzt... Drehmals durch Schaden. Okay, 36 Schaden hat sie ins Reihen und hat... Alles, was über 55 in Schaden kommt, bringt weg. Das heißt, wir können unseren 55 Schaden... ...können wir hier nicht da, sondern wir nehmen irgendwo, was da ist. Ähm... Da haben wir einen Rücken, das heißt... Ja, das muss ich einfach gehen. 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 Starch ab jetzt fetzt an. Die erste, die vierte kurten. Die erste, die vierte kurten. Dann kann man sich auch nicht gleich rein. Und dann, wenn ich eine solche Reise auch nicht. Die kleine Reisear. Die erste ist Substanz. Okay, das ist ja auch ein Rücken. Äh, ein Lade. Oh, das ist ja auch ein Rücken. Oh, okay. So, das ist eigentlich ein Rücken. Und wir wissen ja, dass die Schaden kommt, dass wir in Waffen in den Glade haben. So, ein Angriff drauf. Ich gehe auch noch mal auf den roten. So, ein Angriff. So, ein Angriff. Und so, wie die jetzt eigentlich in Wunderwaffe erlauben. Dann, damit wir noch ein paar mehr Punkte bekommen. Dann sind wir immer trotzdem noch in den Klamentsgefängn. Und dann ist ganz schön. So. Wir sind gleich mit Freude geworden. So, so. Und wir kommen noch vorhin gleich zusammen. So, schön. Wir werden wieder mal schicken. Wir haben noch nicht. Aber wir bekommen noch das Angebot, das wir hier haben können. Und so, ein Topal. Als ob das nicht gefakt ist. Ähm, ja. Hier kommen wir natürlich den Pots. Gut. Jetzt interessiert es mich natürlich, was passiert jetzt. Oh. Wir haben das erste Ei. Und er entziehen ihn ab. Gut. Das war echt krank. Huh. Die. Und er nimmt sich hier in den Nixon-Tool. Ich ziehe halt weg aus dem Lander. Wir haben hier drei unsere Tiefenwohnenstolke und wir haben das erste Teil. Ok, perfekt, dann finden wir uns jetzt hier zu lassen. Beziehungsweise wir bekommen jetzt hier wahrscheinlich irgendwas erklärt. Gut, dann gehen wir auch noch. Dass ein Spiel so schwer ist, dass man so ein langes Tutorial reinmachen muss. Ah, dann wird uns jetzt erklärt, wie Ausrichtung funktioniert. Das ist ja so schön. Wir haben unsere neue Ausrichtung. Wir haben jetzt zwei andere Fähigkeiten. Wir haben unsere Stolke-Aura und wir haben Überwältigung bekommen. Ok. Was sind unsere anderen Sachen? Wir haben so einen J-B, aber wir haben noch das normale Eierschöbel. Ok, perfekt. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde dann morgen. Das war jetzt eine längere Folge mit neun Minuten. Aber ich denke, der Kampf war trotzdem interessant und es gab auch drei Stunden. Dann bis morgen und ciao, ciao. 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 Ciao.